Nun wollen wir versuchen, uns von dieser Makroskopie nach innen zu bewegen. Wir wollen uns anschauen, wie die Leber innen organisiert ist und welche Baueinheiten hier von Bedeutung sind. Und das Spannende hier in der Leber ist die Tatsache, dass sie eigentlich in ihrem gesamten Bereich, im gesamten Organ aus den immer gleichen kleinsten Baueinheiten aufgebaut wird. Und diese kleinste Baueinheit der Leber, das ist das Leberläppchen. Das Leberläppchen, wovon wir in der Leber, je nach Autor, wahrscheinlich mindestens eine Million besitzen. Nach einigen Autoren sogar bis zu 1,5 Millionen. Ein solches Leberläppchen ist ungefähr zwei Quadratmillimeter groß und auf eine sehr spezifische Art und Weise aufgebaut. Aber langsam. Wir wollen erstmal den Weg nochmal von außen gehen, um uns dann langsam in die Architektur hineinzudenken. Wir fangen nochmal an von außen. Ich habe Ihnen bisher noch nicht verraten, dass die Leber außen so schön glatt und glänzend erscheint, weil sie eine bindegewebige Leberkapsel besitzt. Eine Capsula fibrosa in der Leber oder an der Leber auch Glissonkapsel genannt. Vieles in der Leber wurde nach einem Herrn Glisson oder Glissen, wie man möchte, benannt so auch diese Kapsel. Also eine bindegewebige Kapsel umhüllt außen die Leber. Soweit, so gut. Jetzt würde ich Sie einfach einladen, mir gedanklich zu folgen. Und ich versuche, was ich jetzt gerade beschreibe, ist, ich habe noch keine Bilder gesehen, die das wirklich so darzustellen in der Lage wären, weil es wirklich sehr, sehr kompliziert ist. Aber wenn Sie mir folgen, glaube ich und hoffe ich, dass ich Ihnen helfen kann, dieses innere Bild aufzubauen. Wir stellen uns Folgendes vor. Wir haben diese Kapsel und wir haben die Leberpforte. Was geschieht in der Leberpforte? An der Leberpforte, so haben wir gelernt, kommt die Arteria hepatica propria an. Ferner kommt hier die Vena portae an. So, und diese beiden Hauptgefäße beginnen nun an der Leberpforte sich aufzuteilen. Und das heißt, sie verästeln sich immer mehr. Zuerst nur zwei Hauptstämme, dann weitere Unterstämme und so verästeln sich diese Gefäße. Also das heißt, die Arteria hepatica und die Vena portae an der Leberpforte angekommen, beginnen sich innerhalb des Lebergewebes zu verästeln. Und das tun sie stets parallel, sodass immer ein Ast der Arteria hepatica und ein Ast der Vena portae immer gemeinsam entlangziehen. So weit, so gut. Meine Hand soll nur einfach diese Gefäße symbolisieren, die sich hier verästeln und in der Leber gemeinsam dann sich auch immer weiter verästeln. Nun bitte folgendes Bild. Die Leberkapsel hört außen nicht einfach auf, sondern an der Leberpforte zieht die Leberkapsel nach innen hinein. Sie zieht nach innen hinein und was macht sie jetzt? Das Kapselgewebe setzt sich im Inneren der Leber fort und es bildet Bindegewebige Straßen, Hüllen für diese sich verästelnden Gefäße. Wenn also die Gefäße sich verästeln, immer weiter und immer weiter und die Leberkapsel von außen kommend einstrahlt nach innen und diese entstehenden Gefäßstraßen jeweils umhüllt, dann kann man sich die Leber vorstellen, weil so eine 3D-Vorstellung sich aufbauen wollte, wie ein Organ, das außen eine Kapsel besitzt, aber von dieser Kapsel ausgehend eine nach innen ziehende, bindegewebige 3D-Struktur aufbaut, nämlich dadurch, dass das Bindegewebe im Inneren alle Gefäße umschließt. So entstehen ganz viele bindegewebige Gassen durch gesamte Organe. Ist das nicht grandios? Und diese Gefäße, die da entstehen, also die Äste, die Arteria Hepatica und die Äste der Wiener Portae, die wollen noch ein bisschen Gesellschaft haben. Das heißt, denen gesellt sich jeweils noch ein weiterer Gefäßast. Gesellt sich ihnen zu, dieser stellt jeweils einen Gallengang dar. Dieser Gallengang lagert sich zwar an unsere beiden schon bestehenden Gefäße mit dem Unterschied, dass ja die Äste der Arteria Hepatica und die Äste der Wiener Portae das Blut in die Leber bringen, wohingegen der Gallengang die Galle aus der Leber hinaus befördert. Also diese drei liegen zwar immer beisammen, aber die Strömungsrichtung ist unterschiedlich. Das Blut strömt hinein, die Galle strömt hinaus. Was aber die drei Gefäße nicht daran hindert, sich zusammenzulegen. Und weil diese drei immer gemeinsam entlanglaufen und gemeinsam von Bindegewebe sich umhüllt finden, nennt man sie auch die Lebertrias. Die Lebertrias, was so schön klingt, wird es auch so in allen Büchern dargestellt. Dabei wird unterschlagen, dass diese Trias eigentlich nicht ausweicht. Denn wir finden noch in einer solchen Lebertrias sowohl Lymphgefäße wie auch Nervenäste. Aber die merken wir uns in Klammern. Beschrieben wird in den Lehrbüchern immer, weil es sehr schön griffig ist. Und auch bei den histologischen Schnitten werden die Lymphgefäße und Nerven auch oft schwer erkannt, weil sie sehr viel kleiner sind im Vergleich zu den anderen. Von daher wird hier von der Lebertrias gesprochen. Wir merken uns aber noch Lymphgefäße und Nerven hier mit entlangziehen. So, und nun also verästeln sich diese Gefäße immer weiter, bis sie am Ende in die Leberläppchen auslaufen. Und jetzt wird das Bild hier vielleicht für Sie leichter fassbar. Nämlich, was wir jetzt hier sehen, ist ein solches Leberläppchen, das idealtypisch sechseckig gemalt wird. Bei Menschen ist es drei- bis sechseckig, aber häufig sechseckig. Und deshalb wird es als Idealzustand oder als Idealbild immer wieder visuell dargestellt. Nur mit dem Wissen, dass es nicht immer so ist. Aber vom Prinzip her, jetzt idealtypisch sprechen wir von einem sechseckigen Leberläppchen. Und wie ist das nun organisiert? Wir finden in der Mitte eines solchen Leberläppchens ein Gefäß, eine Vene, eine Zentralvene, wie sie auch genannt wird. Umgeben, wir haben ein Sechseck vorliegen, wird die Zentralvene von sechs solcher Gefäßkanäle. Also an einem solchen Kanal liegt was? Die Lebertrias. Ein Ast der Theria Hepatica, ein Ast der ist, aber der Kanal, in dem sie sich quasi befinden, den nennt man Portal-Kanal oder ein Peri-Portal-Feld. Portal-Kanal oder Peri-Portal-Feld. Das heißt also, beim Aufbau eines Leberläppchens findet sich eine Zentralvene umgeben, idealtypisch von sechs Portal-Kanälen oder sechs Peri-Portal-Feldern. In einem Portal-Kanal oder einem Peri-Portal-Feld finden wir was? Die Lebertrias. Ein Ast der Theria Hepatica, ein Ast der groben Struktur. Das wäre ein Leberläppchen. Zwei Quadratmillimeter groß und immer auch dreidimensional zu denken. Es bleibt spannend. Dranbleiben bitte jetzt. Jetzt wird es richtig spannend. Nun sehen wir Folgendes. Wo, werden Sie vielleicht fragen, sind denn eigentlich die Leberzellen? Jetzt haben wir hier ein Läppchen, aber wir sprechen ja die ganze Zeit von Baueinheiten, aber wo sind die eigentlichen Funktionszellen der Leber? Und das ist jetzt hier skizziert. Und auf dem nächsten Bild wird es noch deutlicher, glaube ich. Hier sehen wir es gleich noch mal. In der Mitte eine Zentralvene, umgeben von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Idealtypisch von sechs Portalkanälen oder sechs Peri-Portal-Feldern. Und jetzt können wir hier wunderschön sehen, wie sich nun hier von den Peri-Portal-Feldern zur Zentralvene hin die Leberzellen balkenförmig anordnen. Eine balkenförmige Zellanordnung im dreidimensionalen Raum sehen wir. Man könnte auch sagen, von der Zentralvene ausgehend liegen die Leberzellbalken wie die Speichen eines Rades verteilt. Wozu das Ganze? Vielleicht ahnen Sie schon, weshalb die Leber hier solch einen Aufwand treibt. Was können wir jetzt hier noch sehen? Wir sehen hier, dass zwischen dem Portalkanal oder dem Peri-Portal-Feld und der Zentralvene finden wir hier eine Gefäßverbindung. Diese Gefäßverbindung, nochmal, hier haben wir ja ein Ast der Arteria Hepatica, ein kleiner Endast, also eine Kapillare am Ende. Aber dieser Ast der Arteria Hepatica und der Ast der Vena Porti, die geben ja nochmal ein Gefäß ab. Also eigentlich ist das Gefäß hier, das Gefäß, was nun das Peri-Portal-Feld mit der Zentralvene verbindet, das hier ist ein Kapillargefäß. Und Sie müssen zugeben, ein solch elegantes, komplexes, dreidimensionales Kapillargefäß oder ein Kapillargefäßsystem haben Sie doch nicht gesehen vorher, oder? Wozu dieser Aufwand? In dieses Kapillargefäß. Kapillargefäße sind ja sehr, sehr kleine Gefäße. Das hier ist zwar vom Prinzip her ein Kapillargefäß, aber es ist recht groß für ein Kapillargefäß und erhält deshalb auch einen eigenen Namen. Als Leber-Sinusoide, das sind die Leber-Kapillaren. Aber nicht genug damit, es wird noch spannender. Nämlich, was zieht denn nun von den Peri-Portal-Feldern zur Zentralvene? Nämlich, das Blut natürlich. Aber welches Blut zieht dorthin über? Nämlich, das Blut aus der Vena Porte letztendlich. Wir haben hier Ausläufer der Vena Porte und das Blut aus den Ausläufern der Arteria Hepatica. Beide geben ihr Blut hier in die Sinusoide. Eine weitere Besonderheit der Leber. Das venöse Blut der Vena Porte, das arterielle Blut der Arteria Hepatica vermischen sich und gemeinsam fließen sie durch die Leber-Sinusoide zur Zentralvene. Wozu dieser Aufwand? Na, wir haben doch begonnen mit der Aussage, die Leber ist unser Zentrallabor. Eine immense Stoffwechselleistung, die die Leber erfüllen muss. Sie ist ein Speicherorgan, sie ist ein Syntheseorgan. Sie benötigt eine unheimlich große Austauschfläche mit dem Blut. Und dafür all dieser Aufwand. Denn durch diesen dreidimensionalen Aufbau, durch diese Leber-Sinusoide, die sozusagen von den Periportalfeldern zur Zentralvene ziehen, man muss es sich dreidimensional denken. Denn dann können wir nämlich schön sehen, dass durch diesen dreidimensionalen Aufbau die Leberzellbalken von mehreren Seiten von Sinusoiden umspült werden. Auf dem Bild, glaube ich, wundervoll zu sehen, dass diese Leberzellen regelrecht wie Inseln fast da liegen und von mehreren Seiten von Sinusoiden umspült werden. Und damit schafft die Leber mit dieser wundervollen Architektur eine immens große Austauschfläche zwischen ihren eigentlichen Funktionszellen, den Paranchym, also den Hepatozyten, und den Kapillargefäßen, den Leber-Sinusoiden. Dafür dieser ganze Aufwand. 1 bis 1,5 Millionen solcher kleinen Läppchen. So ist die gesamte Leber aufgebaut. Und zwar überall auch vergleichbar und fast gleich in diesem Aufbau. Mit Arpen einmal tief durch. Jetzt ein bisschen Popcorn. Schorle oder fast ein Glas Sekt wäre jetzt angebracht. Was Sie gerade kennengelernt haben, war ein kleines architektonisches Meisterwerk. Und das wiederhole ich nochmal und in Gedanken höre ich Sie mitsprechen. Dieses wundervolle Gebiet jetzt. Was könnte es Schöneres geben als eine Prüfung? Und man fragt Sie, können Sie etwas sagen zum inneren Aufbau der Leber? Und was machen Sie? Sie atmen abermals einmal durch und erfreuen sich an diesem wundervollen Tag. Denn nun beginnt Ihre Stunde. Schön, dass Sie bei uns reingeschaut haben. Ich hoffe, der Clip hat Ihnen gefallen. Wenn Sie neugierig auf mehr geworden sind, unten im Text finden Sie die Links zu unserer Homepage und zu unserem Kooperationspartner Lekturio, der unsere Online-Vorlesungen für Sie bereithält. Ich freue mich auf Ihren Besuch.